Es ist Ostern, es ist etwa Mitte April. Wir haben die Temperatur früh im Wasser von etwa 10 Grad. Tagsüber geht es hoch. Jetzt geht es wahrscheinlich mittlerweile schon wieder runter. Hier oben habe ich schon einen Pärischen Metacarmemia drin. Und hier werde ich jetzt die Garreise einsetzen. Ist eigentlich noch ein bisschen früh, aber wegen der Tigermücken muss halt überall was drin schwimmen. Und ich habe jetzt auch nur zwei Stück gefunden, also erwischt im Aquarium. Könnte ein Pärische sein. Eines ein bisschen kräftiger, der andere hat so grüne und rote Flanken. Dann kommt halt schon noch ein paar dazu. Aber die zwei würde ich jetzt erstmal hier einsetzen. Das Becken ist übrigens das, wo es im Herbst das Video gab, vom Abfischen. Mit den Apanius. Also Para-Apanius Simples Bohr. So. Gucken wir mal, ob ich sie wieder finde. Sie sind schon verschwunden. Also ich melde mich dann mal noch etwas ausführlicher, wenn das Ganze noch weiter besetzt wird. Temperatur wäre noch wichtig. 12 Grad. Jo. Guten Start. In die Saison. Wo zu? Wo.